ARD Text im Auftrag von Funk Das ist ein, ja, okay, äh, also, ja Jodo, Jodo, dänisches Butterkeks, dänischer Butterkeks, so rum Deutsch muss gelernt sein, also Machen wir mal, ähm, dieses Ding da auf, ne Und dann, gucken wir mal, also So sieht es aus, die Verpackung, okay, man kennt es ja schon Bla, bla, da ist jetzt nichts Besonderes, ne Aber, wie normal, Jodo kennt man ja Also, die sehen so aus Ähm, Machen wir, beißen da mal rein Oh, ähm Warme nix, ist ja wohl im Mund Ist ja, ähm, 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 okay, nochmal neu Geht nach dem anderen Geschmack auf jeden Fall Okay, ich probiere mal jetzt Mh, na tut Dann so sieht es aus, innen Ähm, 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 nach dem Spritzgebäck, geht das so was Ist auch hier drauf gemacht, als Bild Ja, aber immer geil Wenn ich ehrlich bin, ich weiß gar nicht mehr wie der Original schmecken, keine Ahnung Also hier ist ja voll teuer, gell 2,3 oder 3, irgendwas Und gar nicht mal so billig Und das ist dann richtig geil Gut, eine Versuchung, bis zum nächsten Mal Und tschau Und das ist dann